Guten Tag meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Freitag, den 20. Oktober. Gedenktag des heiligen Wendelin. Ein Hirten- und Herdenheiliger par excellence. Interessant, dass der Gedanke nach dem Schutz von Herden wieder aktuell geworden ist, seit hier die Wölfe einen festen Stand gewinnen. Und dass vielleicht auch noch mehr Hilfe nötig ist für den Bestand der Herden, als das, was man mit Elektrozäunen und so weiter hinkriegt. Und so war es ja auch schon früher. Die Menschen, die noch mehr als heute von Gefahren der Natur umgeben und ihnen mehr oder weniger hilflos ausgesetzt, haben den Blick zum Himmel gerichtet und Christus und seine Heiligen um Hilfe, Fürsprache und Schutz angerufen. Die Verehrung des heiligen Wendelin hat sich nicht auf seine Wirkungsstätte beschränkt, im Hunsrück und im Saarland, sondern ist in die Welt hinausgegangen. Kein Wunder leider, weil von dort aus dieser zum Teil immer noch strukturschwachen und wenig wohlhabenden Gegend sehr viele auswandern mussten, um anderswo ihr Glück zu probieren. Und die haben dann ihre Frömmigkeit und ihren heiligen Wendelin mitgenommen. Der Römerbrief geht jetzt hier mit den üblichen Sprüngen im vierten Kapitel weiter. Paulus tritt in das Gespräch mit Zeugen des Glaubens ein und jetzt ist der Erzvater Abraham dran. Was sollen wir nun von Abraham sagen? Was hat er erlangt, unser leiblicher Stammvater? Wenn Abraham aufgrund von Werken Gerechtigkeit erlangt hat, dann hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Dem, der Werke tut, wird der Lohn nicht aus Gnade angerechnet, sondern weil er ihm zusteht. Dem aber, der keine Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. So preist auch David den Menschen selig, dem Gott Gerechtigkeit unabhängig von Werken anrechnet. Selig sind die, deren Frevel vergeben und deren Sünde bedeckt sind. Selig ist der Mensch, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Ja, auch David sagt das, das ist bei Paulus die Formulierung für, das steht im Psalter. Und hier ist es der, vielleicht 32., wenn es stimmt, Psalm, wo diese Verse stehen. Und die deutet Paulus so, der Mensch erlangt Vergebung seiner Sünden nicht als Retribution für Bußleistung, sondern weil Gott gnädig ist und weil Gott sich daran freut, dem Menschen die Unschuld zurückzuschenken, mit der sich schöner und leichter lebt und schläft. Ein gutes Gewissen als eine Gottesgabe für den Menschen. Und das kann man sich nicht erarbeiten, weil kein Weg der Leistung dorthin führt, dass Gott einem das schuldig wäre, was der Mensch braucht, wenn er durch Schuld mit sich selber und seiner Bestimmung über Kreuz geraten ist. Das kann man sich nur geben lassen. Und in dem Sinne macht Gott den Gottlosen gerecht. Also das ist nicht der Mensch, der von Gott nichts wissen will, sondern der von sich aus mit eigenen Kräften keinen Weg zurück in die Gemeinschaft mit Gott findet. Und das, ehrlich gesagt, sind wir alle dieser Mensch, der das nicht kann. Und dann nicht auf den Trugschluss zu verfallen, wenn ich nicht kann und ich es mir nicht leisten kann, dann geht es eben gar nicht, sondern in die Haltung eines beschenkbaren Kindes zurückfinden und sich das von Gott schenken lassen. Das ist das große Anliegen des Völkerapostels. Und das könnten wir für uns neu versuchen. Jeden Tag gibt es dazu Gelegenheit, sich in die Freude an der Gratuität Gottes und alles dessen, was er schenkt, einzuüben. Geht übrigens auch mit Menschen, mit denen kann man es auch üben. Der heilige Wendelin, demütig, menschenfreundlich, tierliebend, der trete für uns ein und halte seine Hand über uns und sein und unser Herr, der dreifaltige Gott, der segne und behüte sie alle. Und das ist das große Anliegen des Völkerapostels. Und das ist das große Anliegen des Völkerapostels. Und das ist das große Anliegen des Völkerapostels. Wir sind ja, wir sind eigentlich ein ein bisschen und eigentlich nur noch